Guten Morgen, Schwester! Wie wäre es mit ein paar köstlichen Pfannkuchen, bevor du die Sonne aufgehen lässt? Oh, was auch immer. Du verstehst mich nicht. Du wirst mich nie verstehen. Nein. Mein ganzes Leben ist eine unendliche Leere der Dunkelheit. Grausame Schatten, die von denen geworfen werden, die ich Freunde in einem Feld endlosen Leidens nannte. Warum sollte ich überhaupt die Sonne aufgehen lassen, wenn die Dunkelheit mein einziger Freund ist? Also heißt das Nein wegen der Pfannkuchen? Fick dich, Luna. Das ist ein schwerwiegendes Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017